In den letzten drei Monaten habe ich das iPad Mini der sechsten Generation auf Herz und Nieren getestet. Eines wurde mir hierbei klar. Das iPad Mini ist anders als alle anderen Tablets. Es versucht gar nicht erst, einen Computer zu ersetzen, sondern konzentriert sich einzig und allein auf das, was ein gutes Tablet wirklich ausmacht. Dadurch wurde es in Windeseile zu meinem Lieblingstablet. Mittlerweile ist meine anfängliche Euphorie jedoch etwas abgeflaut. Das iPad Mini hat einige Defizite, die mir im Alltag zunehmend auffallen. Bist du bereit für einen Wechselbad der Gefühle? Dann bleib jetzt dran. Wenn du jetzt glaubst, das iPad Mini sei schlichtweg zu klein für ein gutes Tablet, dann kann ich dich erstmal beruhigen. Gerade durch seine Größe und das damit verbundene geringe Gewicht kann man das iPad Mini bequem über eine längere Zeit mit einer Hand halten. Etwas, was man sonst von keinem anderen iPad so wirklich behaupten kann. Durch seine Größe wurde das iPad Mini so für mich zum Allround-Talent. Wenn ich morgens meinen Kaffee trinke, dann checke ich auf dem iPad Mini die Nachrichten oder surfe im Internet. Du liest gerne, das iPad Mini ist mein E-Book. Abends im Bett schaue ich auch gern noch einen Film. Mit den Stereo-Lautsprechern ist das ein echtes Erlebnis. Du willst schnell noch eine Runde zocken? Mit dem iPad Mini überhaupt kein Problem. Selbst wenn du mit dem iPad Mini Fotos bearbeiten, Bilder skizzieren oder in der Uni kurz etwas mitschreiben möchtest, dann geht das immer noch besser als auf einem iPhone. Doch was ist dann das Problem? Nun ja, mein erstes Problem habe ich mit dem Display. Zunächst ist es mir nicht aufgefallen, mittlerweile sticht es mir immer häufiger ins Auge. Das Display im iPad Mini leidet unter dem Jelly-Effekt. Scrollt man im Hochformat, dann wird eine Bildschirmhälfte langsamer aktualisiert als die andere. Dadurch sieht es so aus, als würde die eine Seite etwas hinterherhinken. Dadurch, dass ich mein iPad Mini wirklich sehr häufig als E-Book verwende, fällt mir das beim Scrollen durch den Text immer häufiger auf. Ich weiß gar nicht, wie ich das zu Beginn über sehen konnte. Auch wünschte ich mir natürlich, dass Apple statt einem LCD-Panel ein OLED-Display im iPad Mini verbaut hätte. Möchte man abends im Bett einen Film schauen, dann strahlen einen die Displayränder nur so an. Und von den 60 Hertz mag ich an dieser Stelle gar nicht anfangen. Ja, mir fallen persönlich 120 Hertz gar nicht so stark auf, dennoch sind sie einfach flüssiger. Bei all meiner Kritik könnte man natürlich jetzt denken, das Display im iPad Mini wäre eine vollkommene Katastrophe. So ist es jedoch auch nicht. Das Display ist gestochen scharf, einzelne Pixel sucht man vergeblich. Die Anti-Reflex-Beschichtung ist deutlich besser als bei der Konkurrenz, dadurch spiegelt das Display kaum. Die Farbdarstellung ist einwandfrei und das Display deckt den gesamten P3-Farbraum ab. Das Display wartet also nur darauf, dass du deine Fotos damit bearbeitest. Die Blickwinkelstabilität kann außerdem überzeugen. Schaut man schräg auf das Display, dann sieht das Bild immer noch gut aus. Und mit den maximal 500 Nits an Helligkeit wird das Display auch ausreichend hell. Zumindest in Innenräumen hier kann man auch mit etwas Gegenlicht das Display immer noch gut ablesen. Dennoch hätte ich mir gewünscht, dass Apple hier auf eine maximale Helligkeit von 600 Nits setzen würde, so wie das beim iPad Pro der Fall ist. So könnte man auch draußen das iPad doch etwas besser benutzen. Und ich habe mir an einigen Stellen gewünscht, insbesondere wenn ich abends mit dem iPad Mini im Bett lag und es als E-Book verwendet habe, dass das Display noch etwas dunkler werden könnte. Da könnte Apple auf jeden Fall noch nachbessern. Dieses Video wird freundlicherweise unterstützt von NordVPN. Meine Lösung, um etwas sicherer im Internet unterwegs zu sein. Wenn ihr mich fragt, dann sollte man im Internet nur die Daten teilen, für die man sich ganz bewusst entscheidet. Surft man jedoch im Netz, dann erfahren die Webseiten, die du besuchst, unter anderem deine IP-Adresse und damit auch deinen ungefähren Standort. Solche Informationen können Webseiten nutzen, um ein Nutzerprofil von dir zu erstellen und dann zum Beispiel personenbezogene Werbung zu schalten. Wenn ihr das nicht möchtet, dann kann euch NordVPN helfen. NordVPN schaltet sich mit ihren Servern zwischen euch und der Internetseite, die ihr besucht und verschlüsselt damit eure Identität. Du kannst NordVPN auf all deinen Geräten verwenden, also egal ob auf deinem iPhone, deinem iPad oder auf deinem Mac, von nun an bist du sicherer im Internet unterwegs. Gehe also jetzt auf nordvpn.com.mokit und sichere dir dein 2-Jahres-Abo mit einem Monat gratis und einem riesigen Rabatt. Du kannst das Ganze einfach mal ausprobieren, 30 Tage lang testen und bist du nicht zufrieden, dann kriegst du dein Geld zurück. Lege also jetzt los und gehe auf nordvpn.com.mokit. Ich bedanke mich an dieser Stelle wieder ganz herzlich bei NordVPN für die Unterstützung in diesem Video und wir machen weiter im Text. Was mir am neuen iPad Mini besonders gut gefallen hat, ist das neue Design. Die Displayränder sind jetzt gleichmäßig dünn und bieten gleichzeitig noch genug Platz, um das iPad Mini bequem halten zu können. Auch die flachen Kanten wirken sichtlich moderner. Hier habe ich nichts zu meckern. Was mich jedoch zur Weißglut bringen könnte, ist der Fingerabdrucksensor. Ich bin ja so oder so eher Team Face ID. Ich bekomme relativ schnell schwitzige Hände und dann geben die meisten Fingerabdrucksensoren auch schon den Geist auf. Beim iPad Mini war das aber eine reine Katastrophe. Teilweise wird mein Finger selbst nach mehrmaligem Auflegen einfach nicht erkannt. Ich hoffe, dass es sich hier um einen Einzelfall handelt. Ich weiß auf jeden Fall, dass Apple das besser kann. Bei meinem MacBook Pro 16 Zoll funktioniert der Fingerabdrucksensor tadellos. Nichtsdestotrotz, mit Face ID hätte ich diese Probleme nicht und ich finde Face ID auch deutlich intuitiver. Dementsprechend wünsche ich mir ganz einfach, dass das nächste iPad Mini auf Face ID setzt. Wenn es nach mir geht, dann könnten alle Apple Produkte einen USB-C Anschluss haben. USB-C ist Lightning mittlerweile in fast allen Aspekten überlegen. Bisher habe ich den neuen USB-C Anschluss im iPad Mini jedoch allerdings nur zum Aufladen benutzt. Ich bin persönlich aber auch nicht das Maß der Dinge. Wenn ich persönlich Tablets teste, dann verliere ich in der Regel kaum Worte über die Kameras. Kann man damit ein Dokument einscannen? Perfekt. Hat sie dazu noch einen Blitz, umso besser. Und wenn jetzt noch die Frontkamera keine absolute Vollkatastrophe ist, dann kann schon fast gar nichts mehr schief gehen. All das trifft auf das iPad Mini der 6. Generation und die Frontkamera unterstützt nun auch das wirklich praktische Center Stage Feature. Das heißt, telefoniert ihr zum Beispiel über FaceTime, dann folgt euch der Bildausschnitt automatisch. Ein Feature, das ich im Alltag nicht mehr missen mag. Es ist ja eine Sache, wie lange der Akku bei einem iPad am Stück durchhält. Beim iPad Mini sind das in etwa 5 bis 8 Stunden. Für mich viel wichtiger ist jedoch der Aspekt, wie hoch der Standby-Verbrauch ist. Also wie lang kann das iPad einfach mal zwischendurch irgendwo rumliegen, ohne dass der Akku gleich auf Null fällt. Dadurch, dass der Prozessor im iPad so effizient arbeitet, ist der Standby-Verbrauch extrem gering. So lade ich mein iPad bei ungefähr einer halben Stunde bis einer Stunde Nutzung am Tag nur ungefähr einmal pro Woche. Steve Jobs sei Dank, das ist wirklich nützlich. Eine Sache, die mich in der Nutzung des iPad Minis aber maßgeblich gestört hat, ist iPad OS. iPad OS sieht auf dem iPad Mini einfach teilweise komisch aus. Der Homescreen hat an den Seiten ungenutzten Platz und hat man einige Apps im Dock, dann werden die Icons winzig. Auch sind viele Apps nach wie vor nicht an das neue Seitenverhältnis angepasst. Ebenso ist das Multitasking im Hochformat ein schlechter Witz. Warum werden Apps nebeneinander und nicht untereinander angeordnet? Ansonsten ist iPad OS aber gewohnt gut. Im Gegensatz zu jedem Android-Tablet gibt es zahlreiche gut optimierte Apps, von denen Apple eigenen Funktionen wie AirDrop oder HandOff mal ganz zu schweigen. Dank des neuen A15-Chip läuft darüber hinaus alles butterweich und wir können mit vielen Jahren an Software-Updates rechnen. Da das iPad Mini keine Smart-Connector-Pins auf der Rückseite hat, kann man auch keine Tastatur damit verwenden. Zumindest keine von Apple. Man kann das iPad Mini aber selbstverständlich mit einer Bluetooth-Tastatur verbinden. Dafür ist das iPad Mini nun kompatibel mit dem Apple-Fenster der zweiten Generation. Er hält magnetisch an der rechten Seite und wird hierbei gleichzeitig aufgeladen. Für jeden, der sich regelmäßig Notizen machen möchte oder gern mit dem iPad zeichnet, ist das ein absoluter Segen. Eine Sache hat es mir dann noch besonders angetan. Ich habe mir für das iPad Mini der sechsten Generation das erste Mal das Smart Folio von Apple gekauft. 65 Euro für eine Hülle? Ich würde es wieder tun. Das Smart Folio hält magnetisch am iPad und lässt sich so kinderleicht anbringen. Klappt man das Cover auf die Rückseite, dann hält es auch hier magnetisch. Will man fotografieren, dann kann man den Teil, der vor der Kamera liegt, ganz einfach umklappen. Der Bereich hält dann natürlich auch wieder magnetisch. Es ist fast schon wie Magie. Weiterhin kann man das iPad Mini mit dem Smart Folio in mehreren Winkeln aufstellen. Leider gibt es jedoch keine Möglichkeit, mit dem Smart Folio das iPad Mini im Hochformat aufzustellen, sondern nur im Querformat. Wo Apple beim iPad Mini wieder ganz klar übertreibt, ist bei den Aufpreisen für 5G und zusätzlichen Speicher. Es ist natürlich schon fragwürdig, dass ein Tablet für 549 Euro lediglich 64 GB internen Speicher hat, aber 170 Euro Aufpreis für 256 GB Speicher, ich lasse das mal unkommentiert. Genauso sieht es beim Upgrade auf die Zellularversion aus. Möchte man das iPad mit einer SIM-Karte aufrüsten, dann kostet das wieder 170 Euro mehr. So kostet das iPad schnell 889 Euro. So, Upselling vom Feinsten. Am Ende bin ich einfach hin und her gerissen. Das iPad Mini der 6. Generation ist aufgrund seiner Größe absolut einzigartig. So eignet es sich zum Beispiel zum Lesen, Zocken oder auch im Internet surfen besser als alle anderen iPads. Gerade aus diesem Grund hätte ich mir aber gewünscht, dass Apple mit diesem iPad vollkommen abliefern würde. So wünsche ich mir zum Beispiel Face ID statt Touch ID, ein OLED-Display oder zumindest Mini-LED und vor allem mindestens 128 GB Speicher. Hätte Apple das abgeliefert, quasi ein iPad Mini Pro, dann wäre ich gern bereit gewesen, dafür 200 Euro mehr zu bezahlen. Die Option bleibt mir leider verwehrt. Nichtsdestotrotz ist das iPad Mini der 6. Generation aufgrund seiner Größe mein absolutes Lieblingstablet. Ich hoffe einfach darauf, dass Apple hier in den kommenden Jahren noch nachbessert. Wenn du das iPad Mini der 6. Generation kaufen möchtest, dann findest du den Link zum besten Angebot auf Amazon wie immer in der Profilbeschreibung. Dort findest du außerdem den Link zu unserer Webseite. Dort kannst du im passenden Blogartikel nochmal alles im Detail nachlesen. Außerdem findest du die Highlights aus unseren Videos mittlerweile auch auf TikTok und Instagram. Schau da also gerne mal rein. Wenn du auch in Zukunft keine Inhalte mehr auf diesem Kanal verpassen möchtest, dann abonniere jetzt den Kanal und lass auch gern einen Like da. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns wie immer im nächsten Video.